Oh mein Gott, du Vergeber der Sünden, Verleiher der Gaben, Verbanner der Not. Wahrlich, ich flehe dich an, vergib die Sünden derer, die das irdische Gewand abgelegt haben und zur geistigen Welt aufgestiegen sind. Oh mein Herr, mache sie rein von Fehlern, vertreibe ihre Sorgen und wandle ihre Finsternis in Licht. Lass sie eintreten in den Garten der Glückseligkeit. Wasche sie mit dem reinsten Wasser und gib, dass sie deine Herrlichkeit auf den erhabensten Berge schauen. Abdull-Baha 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 Untertitelung des ZDF, 2020